Oh, 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 scheiße. Ja, takedown. Also vorher, da konnten wir per takedown den nicht töten, weil der ist schon ein harter Brocken, wie man sehen kann. Aber da wir ja, äh, Level aufgestiegen ist, ich, ich, ich glaub deshalb, ähm, ich glaub deshalb, äh, ist unser, ist unser Take-Down-Steffel geworden. Leck mich drum am Arsch, ey. Da kommt noch so ein Bastard. Was hast du davon, wenn du mich so dumm verfolgst, ne? Oh, oh, ich geh mal rein hier. Scheiße, da kann ich nicht rein, da kann ich nicht rein, da haben wir keinen Eingang. Beziehungsweise Durchgang. Aber wir, wir müssen ja das Gebiet säubern, ne? Das, das, das müssen wir ja so. Aber ich muss erstmal eine Waffe finden, eine, eine vernünftige Waffe. Aber ich hab hier keine vernünftige Waffe, das ist ja das Problem. Dann, dann müssen wir mal so machen, dass wir einfach mal jeden abfacken können. Ja, den hat er gewischt. Ah, fällt er da weiter. Einfach mal ganz cool. Ja, der brennt. Oh, Gott. Gut, okay. Wenn es grün leuchtet, dann haben wir natürlich, ähm, das Gebiet erobert, würde ich sagen, oder? Ja, okay. Alles klar. Und da wir auch dieses Garnison erobert haben, können wir natürlich auch wieder zurück zum Laden gehen und da mal eine andere Waffe besorgen. Ich muss aber erstmal den Laden finden. Wo war der überhaupt? Brauchen wir denn hier einen Laden, bitteschön? Ich, ich brauche nämlich Waffen und das ist mir wichtig. Okay, da vorne haben wir den Shop, also also muss ich dann nur noch geradeaus gehen. Anscheinend ist das da drin. Alles klar. So, Waffen. Was haben wir denn da so schönes? Äh, wir könnten Ne, oder? Ne, das ist mir deutlich zu teuer. Ne, Schrotflinte. Ajm. Phasatron. Dann, dann nehme ich mal den hier, auch wenn er nicht so viele Aufsätze hat. Dem, dem Flammenläffer. Nein, Flammen, Flammenwerfer. In der Unterauffüllenden, danke. Und jetzt gehe ich nochmal zum, zu Konsumartikel, um dort mal ein paar Spritzen zu besorgen. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zu, also dass wir mal hier eine nächste Hauptmission machen. Da vorne steht auch schon ein Auto bereit. Okay, alles klar. Boah, ich habe ja ich habe ja 52 Cyberherzen. Das ist, ähm wirklich unglaublich. Also, dass, dass ich so viel gefangen habe, also rausgeholt habe. War ja ich mir nicht ganz so sicher. Beschwörung der Plage. Die Mission machen wir natürlich noch. Oh, oh. Jetzt, jetzt bitte nicht runterfallen. Das wäre nämlich viel zu mies. Und viel zu scheiße. Oh, und nicht, und Ah, komm. Der kann, der kann noch was. Der Motor kann noch was. Komm. Nicht ins Meer! Ach, du heiliger Bim Bam. So, okay. Boah, was, was für eine schöne Aussicht, ne? Leute. Was meint ihr? Geht doch, endlich. Hab, hab ich denn auch mal mal gekillt. Jetzt, komm. Es ist ja jetzt keine Zeit, sich hier, äh, hier, äh, den Mittelfinger zu zeigen. Komm. Steig in das Auto und hauen wir ab. Komm. Weil, weil die killen uns dann danach und das wäre natürlich ziemlich scheiße. Sag mal, wie lang, wie weit ist denn das? Oh mein Gott. Scheiße, das, das dauert noch viel zu lange, also. Oh nein. Schon wieder ins Meer, ey. Mann, ich glaub's ja nicht. Ich bin ja so ein schlechter Fahrer. Ach. Du kannst mich überhaupt nicht treffen, oder? Ja, Fasertonnen, Munition haben wir auch mal ein paar bekommen. Die brauchen wir nämlich auch. Äh, nein, da wollte ich nicht hin. Ich, ich wollte nur die Mission machen. Oh mein. Och. Ist diese Palme überhaupt unzerstörbar, oder was? Ich könnte denn ja nicht mal, ähm, durchbrechen. Das, das ist jetzt total eigenartig. Komm, wir sind soziale Menschen und deshalb fahr ich mal auf der Straße. Das sollst du natürlich auch nicht übersteuern, das... Ich glaube, ich bin bereit. Was wissen Sie über diesen Ort? Er öffnet sich nur den würdigen. Das Gebiet besitzt bemerkenswerte Eigenschaften. Drachenblut wird darin hoch angereichert. Was mich vermuten lässt, dass es ein Lake-Knoten ist und daher ein hohes Energie-Potenzial besitzt. Wenn man an Lockyer's Theorie der Kraftorte glaubt. Passen Sie auf, Rex. Dieser Ort ist ein Ort des... Todes. Welche Art Tod? Die tödliche Art, Rex. Äh, können wir jetzt da rein eigentlich? Ja, wir können da rein. Das ist meine Kraft. Kein Zurück. Du bist im Begriff, die Open-World-Umgebung zu verlassen. Du kannst nicht zurück zur Insel oder den Abenteuern, bis du Sloan in den Arsch getreten hast. Das ist die letzte Chance. Es ist dir noch einmal zu überlegen. Fortfahren. Eine Entscheidung. Moment. Erstmal Cola trinken, weil... Ja, Leute. Tut mir leid. Aber ich glaube, das ist wieder mal so der Hinweis. Moment. Das ist sozusagen der... Das Hinweis, da wo wir auf das Ende treten werden. Wahrscheinlich auf das Ende... Äh... Wir haben wahrscheinlich noch die letzten drei Missionen oder so. Wahrscheinlich keine Ahnung. Also das ging auf jeden Fall schnell. Und von daher... Ja, ich will da rein. Okay. Los geht's. Wenn du immer wieder beim Herumschleichen entdeckt wirst, dann hör auf, mit Sturmgewehren zu schießen. Die Dinger sind echt laut. Checkpoint erreicht. Nur jene, die das Labyrinth des Blutes überleben, sind des Preises fertig. Wo ist meine Ausrüstung? Unbekannt. Sei bereit für den Kampf. Ach du Heiliger. Ach du Scheiliger. Wie sieht das denn hier aus? Voll. Neue Waffe geortet. Ach du heiliger Bim Bam. Das ist aber auch ein wirklich schöner Ort. Ich... Ähm... Gut, dass ich meine... meine Rüstung noch erneuert habe und... ... ...